hallo willkommen zur folge 13 von minecraft mountains ja willkommen zur folge 13 von minecraft mountains ja ich weiß immer noch nicht was ich tun soll aber vielleicht können wir diese folge ein bisschen erkunden gehen könnten wir machen ich kann man die richtung gehen oder warum ist dann atombombe wer ist dieser villager da man hat eine atombombe neben mein haus gelegt was fällt dem ein also warum liegt dieser will ich einfach eine atombombe neben mein haus das geht doch nicht ich muss ich muss zudem ein paar blöcke warum hat eine atombombe neben mein haus gelegt also schauen was was er hat um sich zu verteidigen also das ja es geht ja gar nicht was einfach eine atombombe neben mein haus platziert kann dadurch machen also das habe ich jetzt nicht erwartet eigentlich wollte ich wieder erkunden gehen aber da jetzt dieser kosche villager ist jetzt muss ich wieder von vorne anfangen ich werde ich schon wieder verfluchen wenn du mich tötest okay ich glaube er wird richtig töten er hat mich getötet so er ist jetzt wieder verflucht ich will jetzt wissen was mit diesem villager da ist ich will nicht an einem ertrunkenen mal wieder sterben oh oh creper wo sind meine items hier die spitzhacke ist wichtig der rest nicht so aber jetzt schmeißen die schon wieder gabeln auf mich ich bin kein hühner frikassee mich kann man nicht essen woher diese gabel macht echt viel schaden ich muss hier weg schnell weg hier schnell weg hier vor das war knapp ich habe nicht alles zurückbekommen aber das meiste zurück zum billiger was was hält dem ein so hoffentlich zündet er die nicht sonst wäre meine gesamte base weg und das wäre nicht gut hey villager auf damit was machst du da geh weg von dieser atombombe zünde sie nicht hast du ja hingelegt jeremy heißt er also was fällt hier ein hier in der atombombe hinzulegen wie kannst du nur das ist doch das könnte mein ganzes haus weg sprengen der kann ja gar nicht reden der sagt nur also machst du die atombombe jetzt weg ja okay dann helfe ich dir ich helfe dir die atombombe weg zu machen dafür sprengst mein haus bitte nicht in die luft bist du irgendwie keine ahnung bauarbeiter der mein haus abreißen will oder was jeremy heißt er habe ich schon mal gelernt und wir reden nicht darüber kann jeremy eigentlich irgendwelche sprache oder kann er nur oder 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 kannst du auch reden nein okay dann halt nicht egal ich benutze die reste der atombombe um hier die einen wunderschönen glücks hut zu bauen hier kannst du jetzt wohnen ok jeremy und du sprengst nie wieder mein haus in die luft verstanden ich gehe jetzt wieder zurück wenn du das noch mal machst dann kracht in deinem dorf ja 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 richtig gehört denn dorf wird zerstört wenn du das noch mal machst ok jeremy so was fällt dem ein einfach mein haus in die luft sprengen zu wollen sowas habe ich ja noch nie gesehen naja gebt ein like und abo wart das falsch abo und like wenn ihr bei zehn likes baue ich jeremy ein haus bei zehn likes baue ich jeremy ein haus in diesem berg schaffen wir die zehn likes ich würde sagen zehn likes oder 100 aufrufe dann baue ich ihm ein haus ja 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 also jeremy du musst hoffen dass sie zehn likes geben oder 100 aufrufe weil sonst kriegst du kein haus und wenn du kein haus kriegst ist sehr schlecht für dich also abonniere mich am besten auch dann verpasst du kein video und wenn du alle videos sehen möchtest aktiviere die glocke oder so aber mach das mal sonst wäre es doof weil dann kannst du keine likes geben dann kriegst du kein haus also ich muss mir echt mal was einfallen lassen aber erst wenn die zehn likes erreicht sind oder 100 aufrufe das mache ich mit den restlichen blöcken ich kann hier drei davon hinbauen das sieht jetzt nicht sehr schön aus ähm ich könnte äh ich wollte erkunden gehen ah nein hier war doch der gabeltyp schnell weg hier ich darf nicht schon wieder nein das ist nicht gut schnell zurück schnell zurück ich glaube erkunden ist keine gute idee gar keine gute idee gar keine gute idee schnell weg hier am besten in dem schäbigsten leuchtturm der welt alter das war knapp dass beinahe schief gegangen und ich werde zweitens mal diese folge gestorben und jeremy was hältst du von dieser folge bisher nicht sehr gesprächlich egal jeremy soll ich die folge beenden ich glaube ich habe ein ja gehört das heißt dann wir sehen uns bei der nächsten folge wahrscheinlich wird jeremy eine weitere atombombe bauen oder so erinnert euch an die 10 likes und die 100 aufrufe dann kriegt jeremy ein haus bis zum nächsten mal und tschüss bis morgen oder nicht bis morgen bis zum nächsten mal